Super Tuesday, der Profil-Podcast zu US-Fall 2020. Schönen guten Morgen beim Profil-Super-Tuesday-Podcast und was für einem Super-Tuesday-Podcast, weil heute ist nämlich wirklich Super-Tuesday. Mein Name ist Martin Staudinger von der Profil-Auslandsredaktion und ich bin hier mit Robert Reichler, ebenfalls Profil-Auslandsredaktion. Wir reden heute über Super-Tuesday und wir haben uns aus diesem Anlass auch einen neuen Jingle besorgt, also die Musik, die Sie am Anfang gehört haben. Ganz professionell, ganz neu, ganz wunderbar, ganz amerikanisch. Wir freuen uns. Was ist denn das Super-Tuesday? Eigentlich ist es ein Dienstag, an dem gewählt wird. Und was ist so super dran? Super dran ist, dass in besonders vielen Bundesstaaten gleichzeitig gewählt wird. 14, nämlich an der Zahl in ganz Amerika, 14 und zwei sozusagen Sonderbundesstaaten dabei. Dazu kommen wir später noch. Das ist American Samoa und die Democrats Abroad. Genau. Das heißt, an diesem Tag werden sehr viele Delegierte vergeben, sehr viele Bundesstaaten entscheiden sich für einen der Vorwahlkandidaten und mit einiger Wahrscheinlichkeit weiß man am Ende dieses Tages, beziehungsweise dann für uns morgen am Mittwoch, wohin die Reise geht. Man wird wissen, hat Bernie Sanders es fast schon geschafft? Könnte es noch ein Two-Horse-Race sein? Kann einer der Gegenkandidaten von Bernie Sanders tatsächlich zum Duell, ihn zum Duell fordern? Oder bleiben mehrere erhalten und Sanders zieht allein davon? Es kann natürlich auch sein, dass Sanders in eine Krise schlittert am Super-Tuesday. Den Umfragen nach sieht es nicht so aus, oder? Bernie Sanders liegt aber auch in kleineren Bundesstaaten vorne, zum Beispiel in Utah, in Texas, in Virginia und so weiter und so fort. Also, wenn es nach den Umfragen geht, dann ist er eigentlich nicht zu stoppen. Erinnern wir uns kurz zurück 2016. 2016 gab es ja Vorwahlen für beide Parteien. Da war es so, dass man nach dem Super-Tuesday wusste, Trump hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nach das Rennen gemacht. Und so war es dann auch. Und auf demokratischer Seite hat damals Hillary Clinton das Rennen gemacht und Bernie Sanders zumindest so weit überholt, dass man annehmen konnte, sie wird es schaffen. Und am Ende war das dann auch so. Noch ist das Feld etwas größer und ein bisschen unübersichtlich bei den Demokraten. Es hat sich jetzt verengt auf doch drei ältere Herren. Joe Biden, Bernie Sanders und Michael Bloomberg, alle jenseits der 75 inzwischen. Bin ich da richtig? Ja? Absolut. Absolut. Elisabeth Warren, die einzige Frau, der Chancen, wirkliche Chancen gegeben wurden am Anfang, ist weit zurückgefallen. Pete Buttigieg, der junge, bekennend homosexuelle Kandidat Major Pete, ist ausgestiegen gerade gestern, hat bekannt gegeben, dass er seine Kandidatur aufgibt. Es bleiben also die drei älteren Herren übrig. Aller Voraussicht nach. Wobei, jetzt muss man sagen, Michael Bloomberg steigt überhaupt jetzt erst ins Rennen ein. Das heißt, von den bisherigen Kandidaten sind Wehren nach den Umfragen Sanders und Biden, die Spitzenreiter, die wissen aber nicht, wie stark wird Michael Bloomberg. Michael Bloomberg ist ein Milliardär, war Bürgermeister von New York. Er hat sehr, sehr viel Geld, so viel Geld, wie noch nie ein Kandidat im Vorwahlkampf ausgegeben. Hunderte Millionen. Hunderte Millionen von seinem eigenen Geld. Schließlich, wozu ist man Milliardär? Und er hat dieses Geld verbreitet über TV-Kanäle im Wesentlichen, hat Einschaltungen bezahlt ohne Ende. Und bei seinen Wahlhelfern, da gibt es ganz, ganz tolles Catering, haben wir gelernt. Und sogar Freigetränke. Die haben auch tatsächlich hohe Gehälter und die laufen jetzt seit einiger Zeit und versuchen jetzt noch das Rennen herumzureißen. Das wäre eine wirkliche Sensation, wenn das jemandem gelänge, so spät ins Rennen einzusteigen. Aber wer weiß. Wenn Bloomberg das Rennen macht bei den Demokraten, dann wäre das natürlich ein interessantes Duell mit dem Donald Trump. Zwei Milliardäre aus New York, die sich dort schon persönlich befädet haben. Also das wäre dann so ein bisschen King Kong gegen Godzilla, könnte man fast sagen. Aber das ist noch eine Fantasie. Im Moment sieht es noch zumindest in den Umfragen nicht so aus, als könnte Bloomberg es schaffen. Noch eines zum Super Tuesday. Der Begriff ist nicht so alt, wie man glaubt. Der ist das allererste Mal gefallen in den 70er Jahren, 1976. Da war es zum ersten Mal so, dass in so vielen Bundesstaaten gleichzeitig gewählt wurde. Und so formalisiert als, es gibt den Super Tuesday und an diesem Tag wählen so viele Bundesstaaten, wurde das erst in den 80er Jahren. Das heißt, die Tradition ist noch nicht so alt. Und das Besondere eben, diesmal ist Kalifornien dabei. Denn Staaten, die sehr früh wählen lassen, haben natürlich eine größere Bedeutung. Wir haben das erlebt in den vergangenen Wochen. Iowa, ein Staat, der sehr wenige Delegierte zu vergeben hat, ist wahnsinnig wichtig, weil jeder darauf schaut, wer gewinnt den ersten Bundesstaat. Auch der zweite und der dritte sind noch sehr wichtig. Und dann kommt der Super Tuesday. Und bei Kalifornien war es so, die haben früher gewählt, irgendwann im Juni, wo letztlich schon klar war, wer der Kandidat oder die Kandidatin sein wird. Und die konnten dann noch ihren Stempel draufhauen. Aber in Wahrheit konnten sie es nicht mehr wirklich entscheiden. Die wollten ihre Bedeutung erhöhen und haben den Termin nach vorne gelegt. Heute Abend, europäischer Zeit, geht es dann los in den Vereinigten Staaten mit den Vorwahlen. Jetzt, aktuell, wird auch bereits gewählt auf der ganzen Welt, in Australien, auch in Österreich, und zwar von den Democrats Abroad. Und wir haben heute auch einen Gast hier, nämlich Jennifer Rocco-Stepper von den Democrats Abroad. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie bei uns sind, an diesem Super Tuesday. Was sind denn die Democrats Abroad eigentlich? Democrats Abroad ist die offizielle Arm der demokratischen Partei, der die ungefähr neun Millionen Amerikaner vertritt, die außerhalb der USA leben. Also Sie sind jetzt heute quasi ein Bundesstaat. Ja, wir werden der elftgrößte Bundesstaat, wenn wir wirklich ein Bundesstaat werden. Und auch Sie haben Delegierte, die Sie dann bestimmen. Wie viele sind das? Genau, wir haben 21 Delegierten, die werden zu Milwaukee gehen im Sommer. Okay. Das heißt, 21 von wie viele bräuchte man, um die Kandidatur zu entscheiden? Ja, man braucht 1.991 für diese absolute Mehrheit zu kriegen. Okay, also 21 ist jetzt ein mittlerer Bundesstaat. Ja, eher ein kleiner. Aber neun Millionen Personen trotzdem. Es ist jetzt Dienstag in der Früh. In Australien wird schon gewählt von den Democrats Abroad. Genau. In Wien wird am Nachmittag gewählt um 16 Uhr. Genau. Können Sie ein bisschen erzählen, was da jetzt passiert? Ja, so was passiert ist, wir machen einen Global Presidential Primary. Das ist ein Vorwahl, ein parteiinternen Vorwahl, wo US Bürger im Ausland für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten wählen kann. So wir machen das jetzt ein Voting Center, wird in Wien sein, at Frank's Restaurant and Bar. Das ist heute von 16 Uhr bis 20 Uhr und dann auch am Samstag von 12 bis 19 Uhr. Da gibt es auch für die Leute, die in Salzburg leben, da gibt es ein Voter Assistance Event. Das ist für die Leute, die mit einem Briefwahl wählen möchten und sie können dann ein bisschen Hilfe kriegen. Das wird in the English Center von 15 bis 19 Uhr am Donnerstag. Okay, jetzt kennen wir aus Amerika vom Caucus diese Turnhallen, wo die Leute zum Beispiel in eine Ecke laufen und so den Kandidaten bestimmen. Das ist aber in Österreich jetzt nicht so, oder? Nein, nein. The Democrats Abroad, wir machen ein Primary. So wir, es ist kein Caucus. Wir hätten früher ein Caucus gemacht, aber das ist schon länger her, dass wir diese Primary machen jetzt. 9 Millionen, haben Sie gesagt, Wähler auf der ganzen Welt. In wie vielen Staaten gibt es einen Staat, wo es keine Democrats Abroad gibt? Da gibt es in 190 Ländern. Ich glaube, da gibt es keine Mitglieder im Iran, bin ich nicht so sicher. Aber wir haben schon von Afghanistan bis Vietnam, wir haben 44 Country Committees von den Ländern und Offizielle, das alle organisieren, Wahllokale und Sachen. So ist es schon viel. Das ist eine große Organisation, aber wir sind alle, wir sind 100 Prozent Freiwillige, die arbeiten. Der Robert Reichler hat sich ja die Zahlen weltweit ein bisschen angeschaut, die letzten Vorwahlen der Democrats Abroad und interessante Ergebnisse auch gefunden. Also 2016 hat Bernie Sanders die Vorwahlen für sich entschieden bei den Democrats Abroad. Genau, mit 69 Prozent. Genau, vor Hillary Clinton. Das heißt, kann man daraus schließen, dass die Wählerinnen und Wähler, die bei den Democrats Abroad abstimmen, tendenziell deutlich linker sind als der Schnitt insgesamt? Ja, weil viele von uns verstehen, dass es einige Probleme gibt, die nach Hause, zu Hause in den USA hier in Europa gelöst sind. Zum Beispiel Gesundheitsprobleme und Sachen und sowas. So, dass diese Gesundheitsversorgung möglich ist, aber ja. Sie meinen, die sehen quasi in Europa, dass es auch anders geht? Dass es anders geht und dass es anders funktioniert und dass es möglich ist, dann zu Hause das auch zu machen. Das heißt, als Amerikaner im Ausland wird man eher links? Nein, wir sind neun Millionen, wir sind viele, viele verschiedene Meinungen, sie sind nicht alle links oder so. Es ist nur, dass sie sehen, ich glaube, manche sehen, dass es funktioniert und dass es nicht unmöglich ist. Wie hoch ist denn die Wahlbeteiligung bei Ihnen, bei den Demokraten Abroad? Ja, die Nummer habe ich nicht mit. Aber es ist, wir haben 150.000 Mitglieder. Viele wählen immer noch in ihrem Bundesland zu Hause, weil sie machen das für Steuergrund oder sie sagen, okay, ich kann früher in New Hampshire wählen zum Beispiel und ich möchte vorher wählen. Also die Nummer habe ich nicht wirklich mit. Wie viele sind es denn in Österreich? Oder haben wir das schon gesagt? Ich habe es jetzt vergessen. Ja, nein, wir haben über, es wächst jeden Tag jetzt. Wir haben über 1.000, wir haben fast 2.000 Leute jetzt Mitglieder in Österreich. Wie sehen denn eigentlich die Umfragen aus? Es gibt ja für eigentlich jeden Bundesstaat Umfragen. Wie sehen denn die Umfragen für die Democrats Abroad aus, was die Wählerkunst betrifft? Da gibt es keine Umfragen von Democrats Abroad. Okay. Ja, nein, das gibt es nicht. Kann man nur nach Erfahrungswerten gehen quasi? Ja, ich meine, wir machen keinen Straw-Post zum Beispiel und da gibt es keine Umfrage, die Medien. Ich meine, unser großes Ziel ist, dass die Leute helfen, dass sie wählen gehen. Das ist wirklich unser Ziel. So, für wen sie wählen, das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist diese Möglichkeit. Viele Amerikaner wissen nicht, dass sie wählen dürfen. Und diese Möglichkeit zu sagen, schau, du darfst wählen. Hier ist es manchmal sehr schwierig mit den Regeln in den USA. Da gibt es viele komplizierte Gesetze und Sachen. Schau, das ist, wie es funktioniert. Und wir helfen dir dabei, das zu tun. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Amerikaner oder eine Amerikanerin in Österreich sind und noch nicht wussten, dass Sie für die Demokraten, für die Vorwahlen wählen können, dann wissen Sie es hoffentlich. Wir hoffen, Sie kommen vorbei heute. Es ist auch, dass viele Leute, zum Beispiel die Leute, die in Iowa lebt haben, es ist ein Caucus. Sie dürfen nicht in Iowa wählen für den Präsidentschaftskandidaten, aber sie dürfen bei uns wählen. Es ist auch die Leute, zum Beispiel, da gibt es 13 Bundesländer, Florida, Pennsylvania und Texas. Und wenn ein Kind von einem amerikanischen Eltern geboren ist, aber in Wien oder in Österreich oder in Europa aufgewachsen ist, sie dürfen nicht wählen in dem Bundesland. Aber bei uns dürfen sie wählen. Das ist wirklich ein großer Vorteil für diese Leute, die sonst nicht wählen können, für die Vorwahl. Und die Auszählung wird schneller gehen als in Iowa, oder? Nein, nicht wirklich. Wollen wir besser, aber nicht schneller. Das Ding ist, das Problem in Iowa war, dass sie wirklich bei der Sendezeit diese Ergebnisse während der Sendezeit haben wollen. Ja, genau. Und Kalifornien, ich komme aus Kalifornien, in Kalifornien dauert es Wochen, weil die Leute dürfen diese Briefwahl bis 3. März abstempeln. Die müssen gezählt. So, das wird Wochen dauern und wir machen das, weil wir sind alle überall in der ganzen Welt. Wir sagen, wir machen diese Ergebnisse am 23. März. Das heißt, wir werden jetzt am Mittwoch noch keine Ergebnisse haben. Nein, am Mittwoch. Von den Democrats Abroad werden wir alle Ergebnisse haben aus den Bundesstaaten morgen. Von Kalifornien, weil Sie gerade gesagt haben, das würde auch noch länger dauern. Kalifornien dauert länger. Ich weiß nicht, von welcher anderen Bundesstädte es da so lange dauert. Aber Kalifornien ist wirklich speziell davon und auch in 2016 war es wirklich ein großes Thema, weil es hat Wochen gedauert und alle haben wirklich gewartet auf dieses Ergebnis, ob es Hillary oder Sanders wird. Bis man das tatsächliche Endergebnis hat, aber man wird voraussichtlich schon wissen, wer gewinnen wird. Kalifornien ist ein interessanter Stadt, denn Kalifornien ist jetzt Teil des Super Tuesday. Ja, es ist neu. War es aber bisher nicht. Vielleicht können Sie das kurz erklären. Ja, es ist neu. Es war immer im Juni. Und Sie haben gesagt, oder was Sie gelesen haben, dass Sie wollten früher kommen, dass es mehr Stimmung hat, in was wirklich, wie es läuft. Die Bedeutung auch erhöht. Die Bedeutung, ja, genau. Dass Sie sozusagen Einfluss auf die Tendenz auch als Staat nehmen können. Ja, ich meine, ich sehe, das ist ein bisschen problematisch jetzt, weil es ist wirklich am Dienstag wird schon dann 40 Prozent von den ganzen Delegierten schon versprochen. Denn Kalifornien hat die meisten Delegierten. Kalifornien hat 451 Delegierten und es wird wirklich 40 Prozent. Bis heute ist es jetzt 155 und dann nach Kalifornien, nach der ganzen Super Tuesdays starten. Sie dürfen ja in Ihrer Funktion jetzt keine Partei ergreifen für einen Kandidaten. Nein, darf ich nicht. Aber glauben Sie, dass morgen schon klar sein wird, wer dann in die Wahl geht gegen Donald Trump? Oder ist es wahrscheinlich, dass noch immer Unklarheit herrscht? Ich meine, morgen dann wird noch nicht 40 Prozent sein, weil Kalifornien wird noch nicht dabei. Viele Sudstaaten werden schon dabei. Sie haben einen super Turnout gehabt in South Carolina. Hoffentlich, dieses geht weiter. Das wird wirklich, das wird das Beste sein, dass es insgesamt, dass es wirklich gibt, diese Kraft, Trump zu ersetzen. Und so, da gibt es viele Südstaaten, aber Kalifornien wird immer noch nicht. Und das wird Wochen dauern und bis dann kommt auch Florida dazu. So, ich glaube, es dauert ein bisschen, bis wir wirklich wissen. Und es ist schon klar, dass alle wollen das sofort wissen. Es ist gut für die News, es ist gut für die Medien, ja, leider. Aber es ist auch so, ich denke, dass es auch besser, Demokratie braucht Zeit. Es ist auch gut zu warten, bis einer da denkt. Wunderbar. Jennifer, herzlichen Dank. Danke auch. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt zum Super Tuesday auch einige Veranstaltungen in Österreich. Unter anderem sehen Sie heute am Abend auf Puls24 um 21 Uhr meinen Kollegen Robert Dreichler bei einer TV-Debatte über den Super Tuesday. Und ich moderiere morgen am Mittwoch um 18.30 Uhr bei der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft in Wien eine hochkarätige Podiumsdiskussion mit US-Experten. Das wäre es für heute. Wir bedanken uns und sagen Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. See ya. Bis zum nächsten Mal.